Hallo und jetzt Willkommen zum Unboxing meines neuen Monitors und zwar den BenQ XL2430T. Habe ich bei eBay Kleinanzeigen gekauft für 330 Euro, fünf Monate gebraucht ist der, also fünf Monate ist der erst alt, der wurde nur dreimal benutzt, also praktisch angemacht, getestet und ich wollte es euch nicht so vorenthalten und natürlich gleich erstmal ein Video. Ja, diese Woche bzw. heute ist ja der Slot normalerweise für die Airsoft Previews, aber das zögert sich hin, nächste Woche denke ich mal wird es wieder ein neues geben und ja heute denn halt dieses Unboxing von dem Monitor. Das ist jetzt bloß ein bisschen kacke, weil, oh, doch, geht durch. Okay, da haben wir zum Anfang erstmal die DVI, ne DVI-D, Dual-Link-Kabel, kochen wir hier so ein Dank genug nachher. Dann haben wir hier 100.000 Manual-Gedöns, was kein Arsch braucht. Dann haben wir hier noch einmal ein USB-Kabel, dann einmal eine Schutzfolie, die man halt, also so eine Schutzhülle, die man über den Monitor rüber machen kann, Stromkabel. Ich hoffe mal, da passt nachher alles hier hin, man packen wir mal da hin. Dann haben wir einmal da den S-Switch und zwar sieht der so aus. Damit kann man die Monitoreinstellung alles, ja, machen. Ich hole den mal noch weiter raus. Der wird dann direkt am Monitor angeschlossen, da kann man dann halt seine Modi wählen. 1, 2, 3, haupt, ab. Kann man die ganzen Einstellungen mit wählen. Finde ich schon ganz praktisch, schon ganz geil. Muss man nicht immer an dem Monitor selbst umherspielen. So, kommst du mir zurück. Ich hoffe mal, da kriege ich nachher, nachdem ich fertig bin mit dem Unboxing. Hoffe ich mal, dass ich wieder alles so reinkriege, wie es war. Dann haben wir mal hier links. Oh, ist der Schwert. Das ist der große Stütz, die große Halterung von dem Monitor. Kriege ich gar nicht so schön raus. Also ist auf jeden Fall mal ordentlich massiv. Das ist ordentlich schwer. Guck mal, ich hole es euch mal raus. Ja, ich weiß nicht mehr, dieses Knittern und diese scheiß Klappe geht mir mit dem Keks. So, das ist mal der Ding ist. Den kann man auch noch verstellen. Da unten hat man, da hat er festgeklippt. Einmal, ja, das kann man auf jeden Fall irgendwie noch verstellen. Fragt mich jetzt nicht wie, keine Ahnung. Schauen wir mal. Wie das denn geht, auf jeden Fall kann man den dann halt höhen verstellen. Und da hat man nochmal XL2430T. Wo falle ich dich denn jetzt hin? Facken wir auch mal auf den Fuhl. So, dann haben wir hier den Fuß. Den großen Standfuß. Das ist aber auch alles massiv, man. Das ist alles Metall. So rum ist Lock, Open, okay. Wird einfach reingesteckt und gedreht. Hier kommt der S-Switch nachher rein. Kann man definitiv so machen. Du gehst, geh halt woanders hinfliegen. So, und jetzt kommen wir mal zum Eingehnen, was passt da hier durch. Klappen wir nach da rum. Und da unten ist das Herzstück drin. Ach so scheiße, man kriegt der gar nicht so raus. Warte, warte. Ich hoffe mal, dass ich das so rauskriege. Die ganzen Kabel. Schmeißen wir mal da hin. So, und hier haben wir dann mal den Monitor an sich selbst. Und einmal. So, und da haben wir mal das schöne Schmuckstück. Auf jeden Fall noch die kompletten Aufkleber. Es ist noch alles dran, man. Der ist komplett niegelnagelneu, man. Und, oha, bin nochmal angekommen. Mal wieder zurückdrehen. Die Igellnagelneu, 330 Euro. Auf jeden Fall ist es ein schönes Teil auf jeden Fall. So, ich werde jetzt kurz mal die Aufnahme pausieren. Beziehungsweise, ja, weiß ich noch nicht, ob ich das schnell laufen lasse, wie ich das Ding zusammenbaue. Ansonsten seht ihr dann nachher gleich den, ja, aufgestellten Monitor. Also, ich würde sagen, bis gleich. So, ich werde jetzt kurz. Hier Leute, das ist er. Komplett aufgebaut. Mal jetzt das Zettel hier noch abmachen. So, die stören nämlich nur noch. Ja, das ist er. 144 Hertz. 144 Hertz, 1 Millisekunde S, Color Variance, Auto Game Mode, Game Mode 2 Go, Motion Blur Reduction, Blue Equalizer, Low Blue Light. Alles drum und dran. Link knall ich euch irgendwo in der Beschreibung von irgendeiner Firma. Und ja, das war das Unboxing. Da steht er. Mein neuer, mein Hauptbildschirm, mein jetziger, mein zweites Bildschirm. Und ja, hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Hier kommt noch der S-Witch rein. Den habe ich jetzt nicht rangebaut. Auf jeden Fall, hoffe es hat euch gefallen. Schönes Wochenende. Ich bin raus. Ich bin alle wach, 1993. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.